Das ist das Ehepaar Huber. Die Hubers legen ihr Geld in klassische Geldanlagen an. Doch dafür gibt's keine Zinsen mehr. Ihr Erspartes wird dank Inflation immer weniger. Wie sicher ist die Zukunft des Euros? Die Hubers sorgen sich um ihre finanzielle Absicherung. Sollten sie ihr Geld künftig in Wertpapieren anlegen? So könnten sie am Wachstum der Wirtschaft teilhaben. Aber sind solche Anlagen nicht risikoreich? Und braucht man für die richtige Auswahl nicht viel Know-how und Zeit? Nicht mit einem Vermögensverwalter. Die rund 500 lizenzierten Vermögensverwalter in Deutschland investieren das Geld der Hubers professionell. Bevor die Hubers einem Vermögensverwalter ihre Vollmacht geben, legen sie in einem Beratungsgespräch ihre Ziele fest. Welche Anlagestrategie passt am besten zu uns? Zu unserem Risikoprofil. Innerhalb dieser Strategie agiert der Vermögensverwalter völlig autonom und ohne weiteren Aufwand für die Hubers. Und während viele Banken hohe Mindestanlagen verlangen, können die Hubers bei der Augsburger Aktienbank bereits ab 10.000 Euro vom Wissen eines Vermögensverwalters profitieren. Sparpläne sind zusätzlich ab 200 Euro möglich. Zum Beispiel mit der Fondsvermögensverwaltung Patriarch Select Trend 200 der AAB. Menschliches Know-how vereint mit maschineller Präzision. Der Profi sucht die besten Wertpapiere aus, die Maschine ermittelt über die 200-Tage-Linie den besten Zeitpunkt zum Ein- und Ausstieg. Erkennt der Computer einen Aufwärtstrend, wird das Geld der Hubers investiert. Und sie profitieren von steigenden Kursen. Bei einem Abwärtstrend wird ihr Geld geparkt. Risiken werden so minimiert, Ertragschancen optimiert. Die Hubers sind glücklich. Mit der AAB und Patriarch haben sie endlich die optimale Lösung für ihr Geld gefunden. Die Hubers sind glücklich.